Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Anubis Xtreme und heute zeige ich euch Maskmaker. Ich habe mir das Spiel eigentlich schon mal über Steam Viewer gekauft, doch da ich Shadow PC, Cloud PC und über Virtual Desktop spielen wollte, ging das bei mir jetzt nicht über Steam. Ich hatte nur einen Black Screen. Ich konnte das Spiel dann zurückerstatten und habe es mir nochmal über den Oculus Store für die Rift gekauft. Bis jetzt konnte ich das Spiel starten, habe es noch nicht gespielt. Wie ich mich nun anstelle, wie es mir gefällt, werden wir gleich sehen. Viel Spass dabei und bis gleich. So Leute, und da sind wir im Startbildschirm. Ist einfach gehalten. Ich gehe noch gleich in die Einstellungen. Bewegung habe ich jetzt, eigentlich habe ich lieber stufenlos, doch es ist ziemlich langsam jetzt. Daher habe ich mich entschieden, fester Winkel, 45 Grad. Jetzt kann ich mich ein bisschen schneller wehren. Bewegung habe ich auf Hand genommen. Hinke Hand natürlich. Ja, das wäre so dazu. Und dann starten wir gleich mal. Neues Spiel. Ich habe noch ein bisschen Info zum Spiel. Wer ist denn hier? Wer ist denn? Ja, die Nase juckt, okay. Ja, was ich sagen wollte ist, ist von der Machen von Fishman's Teil und das Spiel habe ich auch richtig gefeiert, war richtig schön, ein Rätselspiel, die Version und die Art, wie die Rätsel gelöst werden, war wirklich für mich richtig beeindruckend. Würde ich auch jedem empfehlen, ein Fishman's Teil, wenn ich es dann auch sprechen könnte. Ja, und grafisch muss ich sagen, gefällt mir schon sehr, wirklich, ja, richtig schön. Was ist das? 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 avalierttemberg Wie ist das? Was ist das? No! Was ist das? Was ist das? Das ist so... Seid euch selbst. Synchronize mit dem MIRROR. THE MIRROR! Find the master's mask. Face yourself. Face the truth. Ein bisschen rumschauen. Ich kann ja rauchen. Ich versuche mir selbst das Rauchen gerade abzugewöhnen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ja. Okay, dann schau dich mal. Ich soll in den Spiegel schauen. Endlich. Once, there was an old mask maker. The last master of a magical trade. Owner of a renowned mask shop. Every year, his masks would transform the town. Children could lay the monster beneath the bed. Others could discover themselves and each other. The old could be young and new. And the young could even seem wise. All only for a night. At carnival time. But amid the revels, the mask maker was alone. he feared, he feared that he would take his secret knowledge, the three ancient laws of carnival, with him to the grave. For fashions change. And humans find ever new ways to change themselves. and few wanted to learn the old secrets of paint and pasteboard. But hope wears all kinds of faces. One day, A boy with no name arrived at the shop. A boy from the streets come looking to steal anything that would fit in his pockets or his mouth. A boy from a hard world who had already worn many masks. The old man offered him a choice. Return to the streets, pockets empty, or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance. The old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. A good man, right? A man with a heart. I'm so excited, guys. I'm really excited about the game. As I said, I'm doing a fisherman's style. It was really cool. Come on. No! The mirror has spoken. Still broken. Not ready. Ready? Ich bin bereit. Ja, interessant. So, mal schauen, da ist noch viel. Genau. Alles im Bild. Ja, so, dann schauen wir uns ein bisschen um mal. Und ja, ich bin wirklich richtig gespannt, was mich da jetzt alles erwartet. Das Spiel wird auch noch eigentlich stand-alone erscheinen für die Quest. Wann, weiss ich jetzt nicht genau, zu diesem Zeitpunkt. Ist gestern erscheinen, also heisst der 20. April. Und ja, ich mag solche Spiele. You can already tell, there is much more to this shop that meets the eye. Explore. Find the hidden door. Find the riddle. They are not riddle. We must trust. The workshop awaits them. Okay, ich bin noch nicht bereit, scheinbar. Und ja, mal schauen, da sind alles die Flugblätter. Ich will das gar nicht. Ja, dann mal eine Maske klauen. Geht das, ne? Ja. Ja. Ach. Irgendwas juckt da noch ein bisschen rum. Mit der steuerung. Ja, nee, noch hier. Oh. Alles. Und. A white pole? All the other pieces are missing. The chess was the only recreation we permitted ourselves during the long days in the shop. Many pieces of our memory are misplaced since he changed the rules. You will find pieces of our memory along your quest. Okay, jetzt ein Stück Erinnerung gefunden. Mach schwerer mag ich jetzt nicht. They move near the workshop. Perhaps they can feel it. Can they feel it? What happened here? Look around the shop. There is a riddle to open a secret door. So. Where is the room? Okay, let's go around. Deep. Oh fuck. Oh. 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 Seek the right symbols to find the hidden door. Ist da noch mit Erscheuerung ist etwas Ich möchte das trotzdem mal aufrufen. Grafisch Die letzte Sektorin der Mask-Makers-Art. Alles hier ist Ihr, wenn Sie sich selbst verletzen. Aber erst, Sie müssen eine Mask-Maske machen. Oh, das ist doch so. A humble place for such powerful magic. Breed in the paint, the paste. A first taste of your new power. Each blueprint like this allows you to craft one new Mask. Huh? Now we need raw materials. From this, you can create a new self. Raw materials have to stay firmly taken. Otherwise, there can be no carbon. Okay. Yes. Now, trust the tools. The Mask is there. Good. Okay. Ach, das ist schön gemacht, ne? That sound. It has been too long. Ach, was habe ich jetzt? Wollte ich nicht? Warte, kann ich noch kaliportieren? Alles klar. Sehr schön. Das gefällt mir schon. So, der erste Eindruck ist wirklich schon schön. Sehr gut. To Werred, you must be open. You must defy isolation. Ach, nein, workbench. Aber wo? Nie. Und hier nicht Zeit? You're not finished. Put the carving in its place on the workbench. Then you'll see some magic. So. Ja, wo? Jetzt? So. Okay. Okay. Bin gerade schon jetzt. Waren los? You'll use this dummy head to hold masks as you work on them. Oh. 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 There are six base carvings. As your craft develops, each will find its own place on the workbench. If at first you don't succeed, try, try, try again. And then move to a new town and try again. That's the mask makers way. Okay. Okay. Now, grab a new clean mask and get to work. Okay. Now, follow the blueprint to the letter. Generations of mask makers have learned this craft before you. Step by patient step. until he came along. Ja, das ist jetzt nicht er. Aha. Ja, so. Oh, ist es gut gemacht? Oh, das ist geil. Okay, 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 okay. Ja, ja, hallo, mein Ding Ding, so schön. Oh, jetzt habe ich gleich ein bisschen gestockert. Ja, okay. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht dazu hole. Mit ziemlich vielen Sachen kann man da auch interagieren. Das war's. 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 Ah, das war's. Sie zurück? Shh! Sie haben mit dem König, oder? Gut, da bist du. Es fühlt sich gut, eh? Sie werden oft zurück nach dem Workshop um neue Maske zu machen, um mich über meine Welt zu verändern. Woops! Ich versuche nicht zu verbreiten. Ich habe nur den Ort, wie ich es mag. Still... und quiet. Ah! Ich versuche, diese Islands haben eine bestimmte Tumble-Down-Chall. Jetzt, Sie fühlen sich nicht aufzunehmen? Siehst du diesen Figuren auf der nächsten Isle über? Keine Angst. Meine Subjekte werden dich nicht verletzt. In fact, er wird die nächste Maske, du musst craften. Du solltest einen Blick auf die Maske nehmen. Sie sehen einen alten Spyglass in dem Workshop? In dem Workshop? Wir sind zurück. Sie suchen die Spyglass. Spyglass? Ja, genau. Ja, okay. Haben Sie das? Was? Die Zelle? Die Einheit des Erachtens? Nein, die Zelle will ich nicht auf๋igen. Oh, siehle. Die Lachen sind nicht in der Nähe, Oh, es ist ein wichtiges Werkzeug für den Masker. Das ist ein bisschen. Jetzt, warte mal einen Moment. Kann ich das jetzt so gut... Ja, das habe ich geschafft. Jeder von meinen Bezüglichen hat eine unmittelbare Maske. Das ist die Maske, die du musst machen. Ein Blueprint. Das ist ein Blueprint, die ich seitdem nicht gesehen habe. Die Blueprint ist dein Geist, um eine neue Maske zu machen. Und um dich zu erinnern, die unterschiedlichen Designen. Das hat die gleiche Maske, als die du jetzt weißt. Aber mit zwei von diesen Blueprinten auf der Bühne. Du findest die Komponenten für deine Maske, irgendwo hier. Für die Komponenten ist ein wichtiges Teil eines Anwaltes. Cool, jetzt muss ich los. Okay, äh, Muscheln. Äh, ja. Muscheln, Muscheln. Ich gebe jetzt Muscheln. So. Ich sollte auch jede Menge Muscheln haben. Die, ne? Ja. Da wisst's schon. Ach so. So. Und wo kann ich das jetzt? Jetzt. Äh, eine Muscheln. Ja, und was mache ich jetzt damit? Und? Oh, das war schon. Und wo kann ich das? Und wo kann ich das? Ja, wir sind um einen Dönig. Und wo kann ich das machen? Oh. Und wo kann ich das machen? Als du einen neuen Komponent für deine Maske gefunden hast, wie dieser White Clasp-Shell, dann wird er wieder in der Werkstatt, bereit für dich zu kraften, neue Maske und erforschen neue Bereiche. Eine neue Blueprint. Wie lange ist es? Die Basis ist bereits da für dich, auf der Bench, neben der Paine. Wo ist dein neue Blueprint? Jetzt crafte eine neue Maske, beginnt von einer Pläne. Die erste Maske wird nur umgekehrt, um zu deiner ersten Location zurückzukommen. Sie erinnern, jede Maske hat ihren eigenen Grund. So Leute, hier muss ich leider die Aufnahme auch mal beenden. Erstens wird es sonst zu lang und zweitens hatte ich auch danach Aufnahmeprobleme. desto trotz hoffe ich, es hat euch gefallen, das Spiel mal so einen ersten Einblick zu kriegen. Und dass ihr vielleicht auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, würde mich freuen. Und ich sage Tschüss, euer Anubis Extreme. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Anubis Extreme und zeige euch heute MaskMaker. Falsche Seite, MaskMaker. Und ich werde euch heute MaskMaker zeigen. Ich werde euch heute Abend wieder drauf zum Falsch. Und das war ich so ein paar große Sorgen. Und ich habe euch jetzt meiner Hilfe. Und ich werde euch heute Morgen rutsch. Und ich fels mich, das ist so ein paar Tage. Das war ein paar Tage. Und ich werde euch von uns herum. Vielen Dank.